Vielen Dank, dass ihr uns wieder treu wart in dieser Saison und supportet habt, wenn auch aus der Ferne, denn eins ist klar, Heimspiele waren diese Saison irgendwie ein bisschen anders. Hey Tobi, herzlich willkommen zum Heimspiel, mit jeder Stufe steigt die Spannung, auf geht's in unsere Lieblingshalle. Hallo, Pauli, Ashley. Einmal die Einsatzkarte bitte. Danke schön. Dankeschön, wunderbar. Justine, hey. Hey Tobi, make some noise. I will. VVVCW, jawoll. Naate, Lena, ihr hier in meinem Fanshop, wie cool ist das denn? Hier, Klatschpappe hab ich. Was noch? Eine Kappe? Ja, warum nicht? Ja, leider gab's für euch diese Saison in der Halle keinen Fanshop, aber wir haben jetzt einen Onlineshop für euch. Da gibt es alles, was das VTV-Herz begehrt. Oh yeah. Auf geht's. Und dann gucken wir mal, wie laut schon die Stimmung ist in unserem Fan-Flock. Stopp, Clara. So nicht. Wir sind beim VVCW. Das geht so. Das war hier unser kleines, süßes TV-Studio für unsere Pre-Game-Show live aus der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit. Damit wollten wir ein bisschen Volleyball-Feeling zu euch ins Wohnzimmer transportieren. Auf Facebook live oder natürlich im Web vc-wiesbaden.de. Oder natürlich auch auf sporttotal.tv. Normalerweise mit Micha Spannhaus, jetzt mit Jules und Tanja. Jules, dich habe ich diese Saison überhaupt nicht auf dem Spielfeld gesehen. Ja, ich dachte, ich starte eine Karriere als Kommentatorin. Und hat's dir Spaß gemacht? Klar, für unsere Fans und Sponsoren habe ich das gerne gemacht. Was denkst du, wie das Spiel heute ausgeht? Ein absolutes Novum. Spiele kommentiert live im Stream. Immer in etwas. Na dann kann's losgehen. Die Mädels sind auf dem Platz, Stimmung ist gut. Wollen wir einfach jetzt nur noch Heimspiel erleben, aber so richtig. Und was brauchen wir dazu? Den hier natürlich, den beiden. Danke, dass ihr immer für uns erwartet. Und das betrifft natürlich auch das Ehrenamt. So wie hier zum Beispiel beim vcw-Event-Team. Zusammen mit mir haben wir von hier die Daumen gedrückt bei jedem Heimspiel. DJ Frauke, gib uns ein paar Tunes. Jetzt wird langsam Zeit für ein bisschen Stimmung hier. Stimmhaft. Jetzt wird langsam Zeit für ein paar Tunes. Ja, gut. Ich weiß nicht, warum du auch noch gemacht hast. Stimmhaft. Die bin ich ja. Ja, gut. Dann wird auf. WRAE. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Hösch, ja, gut. Ja, gut. Vielen Dank für eure Unterstützung in dieser Saison. Habt einen schönen Sommer. Tschüss.